Oh, wie ich ihn weggequickscope hab, der im Dachcamper hat. Von den weg, von den weg. Das Spiel ist unfair. Oh Gott, Alter. Ich hab den Life Runner nicht gehört. Kurz vor Vito. Der Typ hat gehaftet, Alter. Alter. Alter, 5 Kugeln, 5 Kills. Fuck, Alter. Dann würde das auch gar nicht passieren. Ich glaube, leider, was passieren kann, ist, dass der Knob irgendwie nach oben geguckt werden. Also, dass die Kinder sagen, unbedingt den Knob sehen. Ich hab die Filme geguckt, ich hab den Merch zu Hause, das Serial-Paket und so. Dass die sagen, alles bitte Ruhebereich. Aber dazu muss ... Und das sind meine Seelen. Jo, weiter. Sind die fake? Sind die echt? Wo sind, wie sind die drauf? Wie ist das Leben, wenn du heute nen Grammy gewinnst, der dir von Oprah und Celine Dion übergeben wird? Und du hinten im Hintergrund mit Jay-Z abhängst und Szenen. Und ich kann mich auch oft dran erinnern. Trag Träume auch? Nee. Na, na, na. Schon so nachts und so. Und dann wach ich auf und denk so, fuck. Ich brauch dann immer erst mal so ... Ich find dich scheiße. Was ist denn jetzt kaputt? Mein Bildschirm ist raus. Ich find mich auch scheiße. Ich hab nen schwarzen Bildschirm, Junge. Ich hab nen schwarzen Hände. Ich hab nen schwarzen Hände. Ich hab nen schwarzen Hände. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Der ist, der ist 1 AP. Hinter dir. So. Glock. L-Lande auf dem. Aber das war ja im Vornherein auch schon klar. Holt euch Twitch Prime und supportet diesen ... Wärtigen Mann. So, sorry. Tucker Carlson hat ein ... Ja, so ist es. Kennt man ja auch dieses Gleichnis mit Eddie und dem Skorpion. Eddie im Badesee. Und der Skorpion ist am Ufer und sagt, Eddie, kannst du mich aufs andere Ufer bringen? Und dann sagt Eddie, aber dann stichst du mich doch. Und dann sagt der Skorpion, nein, das mach ich nicht. Und dann krabbelt er auf Eddies Rücken. Eddie schwimmt. Ihre Mission zum Mars geplant. Zum Beispiel will Japan 2024 eine Mission starten, um Proben auf dem Marsmond Phobos zu sammeln. Und die NASA will weiter verstärkt daran forschen, wie und warum der Mars seine Atmosphäre verloren hat. Ihr seht, der Mars begeistert die Menschheit also nicht umsonst seit Jahrtausenden. Vielleicht wird er eines Tages sogar unser Neuest. Wir haben die Führung übernommen. Oh. Bei B snipet er. Und er hat's gut. Alter, geht die Woom ab. Wurde frisch rausgepatcht. Gestern. Ist egal von welcher Seite, aber wenn er mal unten war, kommt er nicht mehr. Jaja, Paulana. Letztes Mal bin ich von der Stadtseite aus über die Brücke gerannt und der kam nicht und da war ich noch nicht unten. Ja. Ja. Boah, ich will. Äh, ich würde das Graswappenschild tatsächlich nehmen. Zwischen den Items. Und wir starten mit Doris Qual, hopefully. Wo ist er? Wo fight ich ihn? Schon wieder da drüben eigentlich, ne? Ja, der spawnt hier. Der springt wahrscheinlich von der Brücke, ne? Oder so. Oh, Triple. Oh, Baby, it's a Triple. Season oder so. Cold Opener, genau. Ist ja so, wie die das teilweise auch machen. Ich glaube nicht so extrem, so im Reality.